Die Tür ist nicht zu langsamer. Seht es aus dem anderen Seite. Ja, das ist auch immer ein sehr schönes... eine sehr schöne Ausrede in Horror-Spielen. Ja, die Seite ist von der anderen Seite verschlossen, ich komm da nicht durch. So, ich werd nochmals speichern bevor ich weiterlaufe. aber auf einem zweiten Slot. Okay. Der Stock. Vierter Stock. Und der Ohrmbad. Und Spritzer. Finde ich spitze, die Spritze. Oh Gott, war der schrecklich. Ach, egal. Ja, ich möchte jetzt auch nicht die ganze Atmosphäre hier unbedingt versauen. Ich muss mich nur selbst ein bisschen ablenken. Damit ich mir nicht gleich noch eine Hose voll drücke hier. Okay. Hier waren wir noch nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Oh Gott. Oh Gott. Was war... Alter. Oh nein. Wird das an der Mülltüte? Bau ab. Du Stück dämliches Altpapier. Du Verspiele. Nein. Ich bin der Spinde. Ich wollte schon sagen. Okay. Okay. Ganz ruhig, Mackie. Das wird alles schon... Erstmal holst du dir jetzt ein schönes Spatzken. Gehst du dann nochmal mit voller Energie abschließen, damit du nicht jedes Mal diesen wilden Weg hier hochrennen musstest. Und dann geht's auch schon weiter. Ja, dann werden wir uns gleich mal hier so ein bisschen... ...hier so ein lecker Frühstück... ...hier so ein bisschen fett geworden bin ich hoch. Klappt nicht mehr so was. Ja, tut mir leid, wenn ich hier andauernd zu den Tonbändern zurückrinne. Zack. Saved. Und weiter geht's. Gegen die Tür. Aha. Okay, zweimal... ...eine Richtungstaste kann ich ausweichen. Okay, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen. Hätte ich mir vielleicht auch schon denken können. Ab die 2. So. Geben wir dem Stück Altpapier erstmal ein bisschen was auf Kopf ist. Ja, du bist mir ja super gut. Oh, den da mag ich schon weniger. Wow. Mensch, ab da habt ihr sehen. Fast wie im Pro. Ja, natürlich. Von der anderen Seite geschlossen. Wie denn bitte auch sonst. Da war ein Batsch. Hier ist keine Door. Hier weiter. Hallo? Was ist das? Ich höre doch hier irgendwas. Oh Gott. Da ist eine Notiz. Aber ich kann doch bestimmt nicht halten. Huuuuh. Oh mein Gott. Da wollte ich nicht rein. Huuuuh. Ist gerade hier. Alter. Really old. Alter, das ist doch alles Blut. Was dreht denn dieser Mensch? Can't remember. Ich kann mich nicht erinnern. Huuuuh. What the fu... Alter. Geh weg. Ja, vielleicht ist das Ganze für euch nicht so gruselig, aber wenn man es selber spielt... Oh mein Gott. Collection 011. Collection 0... Ja, das sind doch alles Leichen und Tote. Dieser Mensch muss doch echt krank und perverse Gedanken haben. Ist das eine Mülltüte? Oder ein Fels? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Zur Hölle? Meine geheime Notiz. Nummer 2. Die kleinen Kinder waren so süß. Sie sehen so entzückend aus. Ich will sie einfach nur anfassen. Aber dann kreuzten die Eltern auf. Deshalb muss ich sie töten. Alter. Meine geheime Notiz 2. Alter, das ist doch ein pädophiler Drecksack, Alter. Ganz ehrlich. Erschossen und aufgehangen. Dann gehen wir wieder mal. Meine Fresse. Es wäre auch schön, wenn ich mal 1, 2 Spritzen finden würde, dass ich vielleicht noch eine auf Vorrat habe für so eine Aktion hier. Oh mein Gott. Was passiert, wenn hier 3, 4 Gegner gleichzeitig kommen? Oh! Alter. Ja, jetzt zappelst du ab, wisst ihr? Jetzt feiert er. Weil er mich gekriegt hat. Hat er mich erwischt? Alter, Drecksack. Komm her, ihr Christophoppe. So wie andere hier. Voll ausfremd. Alter, okay. Oh, dieses blöde Bett. Ja. Genau diese Momente meinte ich gerade, als ich sagte, ich hätte gerne eine Spritze auf Vorrat. Ach, hör auf zu jammern. Alter. Du alle Mistkampel. Geh. Ja, gut. Du hast die Spritze auf. Ja. Ich hätte noch mal zwischensprechern sollen. Okay. Oh mein Gott. Ah. Uh. Oh. Mülltüte. Mit Messern. Tut mir leid, wenn das jetzt nicht mehr so spektakulär ist, aber es heißt wirklich mal, was, dass ich hier wieder von vorne durchlaufen muss. Ah, warum kann man denn nicht einfach so speichern? Das wäre doch viel netter. Ja. Hm. So, die Notiz haben wir gelesen. Was hält jetzt hier was? Nein, ich muss da rein. Oh. 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 Collection 002. Ja. Hier habe ich vorhin aber nicht gehabt, oder? Ja, glaube ich. Ja, mach auf das Ding jetzt. Hallo? Ja. Was bist du denn, Alter? So, jetzt haben wir hier eine Spritze auf Reserve, aber wisst ihr was? Weil ihr also gerne seht, wie ich zum Turmband zurücklaufe, werde ich jetzt einfach noch mal schnell speichern gehen. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich bin etwas heiser, deswegen reißbar ich des Öfteren. Saved. Hallo? Ach hier. Da habe ich mich etwas zu schnell gedreht. Entschuldigung. Kann ja mal vorkommen. So, hier rein. Ne. Hier rein. Und Batsch. Oh, jetzt kommt doch erstmal die Mülltüte hier, oder? Oh, ach, die kam von da, die Mülltüte. Verdammt. Ich habe den jetzt voll aus einer anderen Richtung erwartet hier. Wo kam der jetzt her? Ich glaube, unterm Bett, oder? Ja, der kam von unterm Bett. Der Kai aus der Kiste. Ganz ehrlich, wir können zum Arzt gehen. Das sieht doch nicht gesund aus, was du da machst. Oh. Ich glaube, es ist mal wieder so. Ne, einfach. Zack. Das hat ja reicht. Ich werde mich mal ganz schnell los... Lecker spitzken. Ja, und weiter geht's. Close it. Hier kommt doch wieder so ein Kasperkopf. Weg. Weg jetzt. Arschkopf. Entschuldigung. Spritz... Spritzchen... War das Loch da gerade auch schon da? Nee, oder? Da ist etwas an der Decke. Ja, ich hab's gesehen. Du hast das Schloss aufgesperrt. Oh Gott. Ein Magazin. Mit 15 Runden. Also, 15 Kugeln. Ja, gib her. Ja, dann hängt der aber schon mal. Ja, das denke ich auch. Und ein Schlüsselgen. You got the Hall key. Ach ja, Half-Life-Engine. Man kann nicht anvisieren, oder? Kann man anvisieren? Eisenvisierung erlaubt ihr Eisenvisierung? Ach, mittlere Maustaste. Alles klar. Ja, nice. Dann kann man ja auch anvisieren. Aber halt. Ich will nicht meine Munition gleich am Anfang... Da ist meine Waffe. Ich will meine Munition nicht gleich am Anfang verschwinden. Das ist jetzt das Blöde. Ja. Du, Luli, dann zack. So. Hall key. Hall... ...müsste doch eigentlich... Ja? Das Hall door ist lockt, ja. Dann sag ich doch. Ja, unlocked door. Ach, die war doch mal rinder, ne? Die Hall... Oh mein Gott, oh mein Gott! Was seid denn ihr für hässliche... Ist das widerlich. Okay, hier geht's so runter und hier geht's hoch. Nee, ich geh hoch. Oh, sag mal. Schöner als runter. Hier ist wieder eine Nachricht, vermutlich von dem Pedophil. Alter, diese Musik. Du hast doch schlossen auf... Nein, ich will das nicht aufsperren. Alter, was geht's hier los? Meine geheimen Notiz Nummer 3. Also... Weil ich ein paar Kinder umbringen muss, habe ich den Lift in der Halle festgesetzt. Nur das Personal mit einem Geheimcode hat zukunft. Ich schätze, ein Kind wird's herausfinden. Die werden einfach die Stufen nehmen. Alter... Ganz ehrlich, das geht doch nicht. Nein, ich wollte da nicht rein. Ich... Hä? Hier war ich doch schon, oder? War ich hier schon? Hallo? Ich glaube, ich war hier schon. Ja, klar. Ach so. Oh, ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich verstehe schon. Gut. Also... Bin ich gerade umgeknickt? Oder was war das jetzt? Ja! Noch ein Magazin. Das ist der Worn-Batsch. Na die... Wird garantiert nicht batschen hier. Durch die Wand geht nicht. Äh... Wann war's das? Was? Okay, das ist der Code, denke ich mal. Wovon er gerade gesprochen hat, oder was er sich auch ganz recht nett hat. Dies hier ist kranker Schwein, Alter. Gut. Also doch nicht nach oben, weil nach oben ja immer schöner ist, sondern direkt ab runter in den Keller. Das war doch so, klar. Sag mal, 4th Floor. Und das ist jetzt der 1., ich muss in den 4., aber da kann der Warten nicht stehen. Alter, ich hab ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Du Arschkopf! Du Arschkopf! Wirklichst vor mir. Gut. Okay, das kann man nicht abstellen. Oh! Okay. Kostüme gibt's ja auch. Hä? Was? Was war das denn jetzt bitte? Ich bin jetzt gerade durch den Schrank in die Tür nach draußen auf den... Okay, egal. Ich nehm's jetzt einfach mal so hin. Hau mir nochmal lecker Frühstückchen drin. Frühstückchen. Halb 10 in Deutschland. Ja. So, nochmal speichern. Nehmen wir mal gleich den dritten hier. Aber wisst ihr was, Leute? Bevor wir weiterspielen, werd ich erstmal ne kleine Pause machen. Werd erstmal schnell meine Buchse wechseln. Und ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben. Ja. Viel Spaß. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.